G-G-Leistung, die Leidenschaft, Deutsche Bank Wir investieren in Atomkonzerne und Waffenfirmen. Wir unterstützen Unternehmen, die die Menschen ausbeuten, die Wälder zerstören und die Gewässer versorgen. Wir gehören zu den radioaktivsten Banken weltweit. Wir betreuen die Konten von Diktaturen. Wir finanzieren die rücksichtslosesten Firmen und leihen auch den schwärzesten Schafen unser Geld. Wir kennen keine Skrupel, Hauptsache die Rendite stimmt. G-G-Leistung, die Leidenschaft, Deutsche Bank G-G-Leistung, die Leidenschaft, Deutsche Bank